Musik Ich bin Nari vom Music Point in der Galgengasse. Ich bin Krishna Zerbula von Deine Buchhandlung. Ich bin der Annes. Ich bin die Tina vom Schuhhaus Helmschmidt und vom Schuhladen. Ich bin Alex von Allegra Schokolade. Mein Name ist Mirjana. Wir stehen für Textile Subcycling in Mirjanas Veränderungsschneiderei. Ich bin Helmut Hochwald vom Eigenart am Markt 10. Ich bin die Annette von Anra Mode. Wir nähen Naturtextilien auf Mars und ihr findet uns direkt am Plöhlein. Hallo, wir sind Teddi Sruppenburg und ich bin der Julian Unger. Ich bin die Angela aus dem Schmuckkästchen in der unteren Schuhgasse. Ich bin der Christian Hübsch vom Intersport Hübsch in der Rödergasse. Hallo, mein Name ist Ander Kost. Ich bin Martin Kost. Wir haben eine Kammererei mit unserem Laden Kostbar in Lindesbach. Ingeborg Mayer-Hettenbach von der Firma Reisenkartel, ihr Fachmarkt für die ganze Familie. Ich bin der Johannes aus der Waffenkammer in der oberen Schmiedgasse 9. Ich bin die Heidi Treiber von Hallers drunter und drüber und vom Modelladen Lola. Mein Name ist Manuela Friese vom Haus der 1000 Geschenke in der oberen Schmiedgasse 13. Ich bin Emilia. Und ich bin Martin. Und wir sind von der Schottenladen in der Spetalgasse. Hallo, ihr Lieben. Wir sind gerade mitten im Fotoshooting bei Zappstyle in der Geigengasse. Ruft uns an oder schreibt uns eine Mail. Ich bin Sonja Stöhr und leite die Buchhandlung Rupprecht in der Hafengasse. Ich bin Bernice Fischer, die Autorin von der Jeff-Matter-Sie-Fantasy-Buchreihe. Mein Name ist Marco Reb. Ich bin Inhaber von dem Trendhaus Reb in der oberen Schmiedgasse 16. Ich bin der Rainer. Ich bin Itzi. Von der Schneiderei Itzis in der Hafengasse. Ich bin Klaus Abt, der Inhaber vom Kunstgewerbegeschäft Klaus Abt in der Hafengasse. Ich bin die Silvia Inges, die Inhaberin vom Scarlet Second Hand in der Geigengasse. Wir für Rotenburg Obter Tower.